Meine Chakren sind verstopft. Mein Schiffluss ist gestört. Irgendwas heißt ich jetzt? Das, was ihr sein könntet, liegt unter eurem Müll, den ihr Leben nennt. Also eigentlich kein Grund sich Sorgen zu machen. Also was ist denn jetzt meine Herrschaften? Ich brauche mutige Tänzer, das ist eine Tanzwettbewerbung, kein Lärchenschmaß. Gib mal was Stärkers! Ja, 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 ja. Das ist ein tolles Bild. Weißt du, wo du siehst? Das bleibt ja immer bei dir. Danke. Bitte! Jetzt rechts! Das bleibt nicht! Das bleibt ja nicht! Das bleibt ja nichts! Ich glaube! Für mich ist dasBEAT, das ist für mich. Du bist ein Mensch. Aber das ist für mich. Vielen Dank.